Es gibt viele Arten, Skulpturen herzustellen. Man kann sie aus Bronze gießen, aus Holz schnitzen oder aber aus einem Block Marmor herausmeißeln. Canova war ein wahrer Meister darin, Marmor zu bearbeiten. Er konnte nicht nur die Figuren herausarbeiten, sondern sie sogar ein wenig verzaubern, sodass der schwere Marmor plötzlich zu leben scheint. Wer küsst sich hier mit Engelsflügeln? Wenn wir wieder einmal in den großen Büchern der griechischen Sagenwelt blättern, finden wir eine faszinierende Geschichte. Amor, der Gott der Liebe, hat sich ausnahmsweise selber verliebt. Psyche ist die jüngste und schönste Dreierkönigstöchter. Sie ist so schön, dass alle aufhören, Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe, zu verehren. Diese ist natürlich verärgert, dass sie nicht mehr die beliebteste im Land sein soll. So ruft Venus ihren treuen Sohn Amor und befiehlt ihm, Psyche einen Mann zu suchen. Dann wäre sie all ihre Sorgen los. Doch Amor hat sich in der Zwischenzeit selber in Psyche verliebt. Amor ist sehr schlau und überlistet den ganzen Olymp. Zuerst verheiratet er sich mit Psyche, ohne dass sie ihn sehen darf. Dann entführt er sie mit Hilfe des Gottes der Winde und versteckt sie auf einem Schloss. Amor, dieser listige Junge. Jede Nacht besucht Amor die junge Psyche. Eine dieser nächtlichen, lieblichen Besuche hat Canova in seiner Marmorskulptur dargestellt. Tagsüber aber ist er immer unterwegs und so hat sie ihn nie zu Gesicht bekommen. Psyche fühlt sich deshalb sehr einsam. So gewährt Amor ihr einen Besuch ihrer Schwestern. Die Schwestern erblassen vor Neid, als sie sehen, in welchem Prunk ihre Schwester lebt. Sie überzeugen Psyche, dass sie eine Schlange als Mann hätte, die sie eines Tages verschlingen würde. Psyche bekommt es mit der Angst zu tun und befolgt den Rat ihrer Schwestern. In der nächsten Nacht wartet sie mit einer Öllampe auf ihren Mann. Als sie ihren Geliebten beleuchtet, erblickt sie aber kein Ungeheuer, sondern den schönen, geflügelten Amor. Psyche ist von Liebe zu ihrem göttlichen Gatten überwältigt und bemerkt nicht, wie ein Tropfen des heißen Lampenöls auf Amors Schultern fällt. Amor fühlt sich entdeckt und betrogen und lässt Psyche untröstlich zurück. In der Zwischenzeit hat auch Venus erfahren, dass ihr Sohn ihre Befehle missachtet hat. Als Strafe muss Psyche verschiedene Aufgaben erledigen. Sie kann alle Aufgaben lösen. Nur bei der letzten hat sie keine Kraft mehr, da all ihre Gedanken bei ihrem Geliebten sind. So öffnet sie verbotenerweise ein Kästchen und fällt in einen todesähnlichen Schlaf. Da Amor Psyche immer noch liebt, eilt er ihr zur Hilfe und scheucht den Schlaf mit seinen Flügeln in das Kästchen zurück. Dann fliegt er zum obersten Gott Zeus und bittet um Erlaubnis, Psyche offiziell heiraten zu dürfen. Zu allem Glück wird Psyche als Unsterbliche in den Olymp, den Himmel der Götter, aufgenommen. eu... Vielen Dank.